sind wahrscheinlich unbeabsichtigt und wir sehen nicht hier mit dem Platz mit dem Inventar das möchte ich hier vergessen jetzt sind schlicht nicht in irgendwelche Löcher ist Lukas überhaupt noch da ich weiß nicht, dass ich bestimmt hier gemütet habe ja boah boah ist klar wo gehen wir jetzt hin? weiß nicht klar die dumme Hunden lag ich oben hallo Paul hallo hallo wollen wir mal kurz eine Pause machen? ich weiß nicht wo bist du denn? ich bin unterbefallen hier ist Eisen, kommt zu mir, guck wo mein Name ist boah wo du jetzt bist, ist Overeisen, musst du mal gucken äh, ich hab schon gefunden, aber weiß ich über das Wasser jetzt nicht ja ja gut, du lass das mal nach Hause gehen, oder? warte die Höhle ist ja noch nicht fertig ja, ich bin in der Tase aber so knackevoll ja, wir finden noch was zum Wegschmeißen da unten ist ein Skelett ja, kann mir nichts ja ich überlege ob ich kurz runtersprung ja hopp oh Skelett, oder? ohmg du kannst du mal kurz im Team-Speak gucken, ob Lucas sich gewidigt hat ich weiß nicht, wenn du mich geschützt ich schützt dich auch Warte kurz, ich brauche noch so schnell Redstone Hier ist hier auch nichts Da warte ich bummi schnell ein Traust mir nicht Man kann die wissen Ja, hat er Oh Geist, kannst du dich für die Endmute Tut mir sehr sehr leid Paul, mach dir auch nichts mehr So Aber Sind die Lava-Schubsen, Paul? Ja, da ist ja keiner mehr, leider Auf Platz Ja, du standst mir im Weg, ich konnte nicht so Gold Und Eisen Und da drohen wir noch, dann verpissen wir uns Okay Blöd Blöd Ach, die Firma ist erst mal in die Lava gefallen Ui, es regt Gold Oh Okay Wie geht's jetzt nach Hause? Einfach mal in der Nase, ne? Guck mal Ist so cool, dass man jetzt hier auf so'n Fahrt und den rumläuft Oh Ähm Ähm Kabelstone? Hm Ähm Ähm, ja Schon wieder, Alter Stehen drauf, Alter Komm, hier noch Kohle? War ich noch irgendwo Guck mal, ob du noch Kohleplatz hast Und angefangenen Stack Dann im Limit Und ich guck mal kurz, wie's weitergeht Ja, warte auf mich Ja, ja Und noch schnell hier oben das Alten ab Ey, es geht sogar noch weiter Ja, jetzt können wir noch anderes mal erforschen Das reicht ja jetzt erst mal, dass wir den Geruchstoff nah haben auch Das wird jetzt langweilig Irgendwann müssen wir die Season ja auch mal hier irgendwie fertig werden Guck mal Guck mal, guck mal da hoch Nur mal gucken Oh, hier geht's auch noch weiter Ja, okay Okay, nicht mehr Boah Jo, um es heißen Äh Paul Äh Paul Was machst du da? Ich suche mal vor Ende Ach Was hab ich sie gefunden? Hm Lass mal Lapps Latz-Lasselien Lappen Latz-Lasselien Lappen Latz-Lasselien Ich kann was abschmeißen Komm, Pfeile brauchen wir nicht Gib mir die Pfeile Guck mal Komm her Warte Warte Aber Hauptsache benutzt du nicht um mich zu beschießen Ach Hände ich mich da Ja eben Inja Warte Komm Pfo Dukas immer wieder Hey Warte Uwe will aufgestiegen Alter ich bin level 15 in den Städten ich bin in Deutschland und das schon schaden Prozent Prozent wenn es keine tötet auch schon so ein Wettbewerb mit Unruhe was noch Platz für Bruder ich ich habe auch Glück ich hab nicht Entschuldigung bitte, was ist das hier für eine Monsterhöhle? Ich bumme alle Rohstoffe ab, dann lass mich meine Eisenspitze gleich weg, dann kann ich auch was aufnehmen wieder. Alter, es geht mir in den Viertel noch ein bisschen näher. Keine Ahnung, die haben mich lieb. Ich reib mich immer mit Blut ein, da ist noch. Geil. Da, hast du das genommen, das Eisender, wo da meine Fackel liegt? Hä? Ja, ich hab wirklich gar keinen Platz mehr. So. Okay, oder so, gut. Guck mal, wo reicht jetzt? Kurz noch. Kurz noch, kurz noch. Du bist so süchtig hier. Hm. Man will ja wenigstens aus der Rülle gehen und sagen, ja, ich hab alles gesehen. Okay. Gut. Jetzt entdecken wir schon noch was auf dem Rückweg. Oh. Hast du noch genug Fleisch? Ja, ja. Äh. Warte, ich behaupte, dann ist mein Stacke fast komplett im Arsch. Ach, ich kann sogar auch noch Eisen aufnehmen. Was ist denn? Oh. Oh. Redstone. Willst du noch haben? Redstone. Ach, kann ich selber auch hier? Okay. Entschuldigung. Mach nisch. Was machst du da? Ich wollte gucken. Das hab ich noch nie gemacht. Es geht mit, wenn du, wenn du schadest, es spielt, äh, beim Spitzerkasten. Ja, ich weiß, dass du willst. Oh. Was? Pass bloß auf, du. Komm hier hoch, oder? Wo gehst du denn lang? Wo gehst du denn lang? Hä? Ist in die falsche Richtung. Weinst du? Ja. Komm schon. 3. Komm mal her. Ja. War ganz leise. Wer bist du denn? Warte mal. Ah. Nimm mal die End- oder wohl das End-Auge brauchen wir nicht. Doch, tödlich. Na dann nimm's bitte. Ich hab keinen Platz mehr. Welch ist das hier? Ah, das ist... Wie viele waren's? Ähm, warte, warte. Das waren 6 Stück. Ah, ja. Ok. Daraus werd ich mir dann gleich mal ne Schraub holen. Schau mal bitte, Paul, auf mich rollen? Mhm, ich guck mich mal kurz um. Ja, warte mal wirklich auf mich. Ja, ja. Bisschen. Warte mal ein bisschen Kabelstein abbauen zum nach oben graben. Ich bin nur dein... Ja, ein Zombie. Alter, hörst du das? Ja, ja.